Die Familien-Spielwiese Hallo, Echo! So. Okay. Hier ist nicht wirklich was drin. Alter! Puh. Puh. Wer ist denn so geil und legt die einfach dahin? Wer ist denn so geil? Und ich erschrecke mich hier. Das darfst du nicht wahr sein. Okay. Puh. Gucken wir noch mal weiter. Hey. Okay. 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 Das kannten wir. Das kennen wir alles schon. Wie gesagt, wenn ihr diese Texte lesen möchtet, bitte auf Pause drücken. Ich meine, ich nehme heute nur eine Stunde jetzt auf. Also die erste Stunde werde ich jetzt aufnehmen davon. Und wenn es gewünscht wird, dann können wir das auch gerne anders machen. Das ist dann euch überlassen. Okay. Das neue Gesicht der Musik. Okay. Macht zwar keinen Bestand. Ich kann mich dran erinnern. Wie gesagt, ich habe es ja in der Pre-Alpha gespielt. Der Nachttopf ist natürlich auch da. Der ist natürlich unbedingt notwendig. Danke, dass du es wieder zugemacht hast. Dass da so manche Sachen... Wir gehen erst mal wieder runter. Weil es gibt ja halt... Oder was? Nein. Ein richtig nettes Lächeln. Ja. Oh. Schränke. Domino. Okay. Schöne Spiele übrigens. Spielt ihr es auch gerne? Oder habt ihr es gerne früher gespielt? Ich kenne es doch aus meiner Jugendzeit. Ja, lang ist es her. Der da. Sogar mit Muster. Cool. Die hatte ich damals bei meiner Großmutter. Hatte ich die gehabt. Ach, das hatten wir. Schon das Foto. Gute Küche haben wir auch an. Lala. So. Da waren wir auch schon. Da waren wir schon drin. Da ist übrigens die Uhr. Die uns die ganze Zeit so ein wenig nervös gemacht hat. Und natürlich werde ich euch auch die Playlist zu der Pre-Alpha-Phase werde ich euch natürlich verlinken. Und dann machen wir uns jetzt erst mal eine Zigarette an, sobald ich ein Feuerzeug finde, was funktioniert. Liebe Kinder, bitte nicht rauchen. Das ist eine ganz, ganz beschissene Idee. Das ist eine ganz, ganz beschissene Idee. Und runter. Und hoch. Das ist eine ganz, ganz beschissene Idee. Okay. Aber der Brotkasten ist leer. Und wieder zu. Na ja, aber wie gesagt, ich hab's... Wir haben das, äh, Spiel hatten wir in... Äh, äh, zs... Okay, ihr geht von alleine wieder zu. Finde ich praktisch. Helfen wir doch mal nach. Da ist Rotwein runtergefallen. Was steht da? Da dachte ich mir schon, dass... Da, 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 da... Leckerli... Eine kleine Leckerli... Leckerei gemacht. Ah ja, selbst ein Rembrandt hat ab und zu eine Brause. Okay. Okay. Mhm. So. Okay. Ist da ein Tauf drin? Gut, können wir nicht leider... Können wir leider nichts dran machen. Da ist nichts. Okay. Da ist auch nichts. Gucken wir mal hier rein. Ein Messer. Farben goldrosa gebranntes Umrohersiener Pinsel X25. Lufterfrischer 50 mal. Zehn Kilo Äpfel und 30 mal Schnaps. Yay. Okay. Äh. Geht zu... Ach, scheiß drauf. So, okay. Komm, holen wir mal wieder auf. Okay. Na, also, das Spiel ist beeindruckend stabil. Also, muss ich schon sagen, das gefällt mir schon. Na, also... Okay. Na, das gefällt mir auf jeden Fall. Okay, hier ist der Vorratsstrahl. Da gucken wir gleich mal rein. Das sind Mais, Knoblauch gegen Vampire. Ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Okay, hier ist... Gut. Gucken wir mal hier. Die Waage auch das Richtige anzeigt. Ja, Waage zeigt das Richtige an. Kohlek-Pot, damit wir uns einen leckeren Tee machen können. Der ist natürlich wichtig. So. Okay. Oregano, Paprika. Was bist du? Paprika. Nochmal? Rote... Ach, oh. Rote Paprika, grüne Paprika. Und brauner und weißer Zucker. Mh, lecker. Brauner Zucker. Der ist super lecker. Müsst ihr auch mal ausprobieren. So. Dann. Okay, hier ist dann auch Licht. Gut. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ding, dong. No. So, wie es scheint. Und haben wir jetzt alles abgegrast? Okay. Ach, und hier ist das Hauptzimmer, ne? Okay. So. Oh, das sind die sechs. Ich kann mich erinnern. Ähm, ja, ich hab's auch schon... Ich hab schon wirklich eine ganze Zeit gespielt. Äh, ist schon wieder eine ganze Zeit her. Glaubt, vier Monate. Mh. Hier waren... Also, die ersten vier hatten wir gehabt. Und danach war die Pre-Alpha vorbei. Und bis dahin waren die Level designt gewesen. Und danach war Schluss. Da kann ich mich dran erinnern. Oh, Pinsel. Okay. Da ist der Sessel fürs Motiv. Was? Get it right with time. Mach's diesmal richtig. Oh. Hm. Okay. Das ist also keine nackte Frau. Okay. Was ist das? Ach, Tuschekasten. Okay. Äh, okay. Okay, dass wir uns über diese Zettel unterhalten sollen. Um Gottes Willen, wir leben im selben Haus. Komm da raus und rede mit mir. Äh, nein. Weil du machst mal Angst. So. Ist hier was Interessantes drin? Nein. Da sind jede Menge Rund. Pagamente drin. Da sind noch Orden drin. Okay. Komm. Hier ist jede Menge Alkohol. Die nächste Party ist gerettet. So. Da ist nichts drin. Da ist auch nichts drin. Verloren. Du verdienst es. Beende es. Okay. So. Und auf dem Thron können wir uns leider nicht hinsetzen. Okay. Mach es diesmal richtig. Okay. Äh. Das. Sieht mir jetzt nicht gerade interessant aus. Ähm. Das könnte mich wahrscheinlich in kleine Schwierigkeiten bringen. Das könnte mich in kleine Schwierigkeiten bringen. Okay. Ist auch nichts. Hallo. Jemand zu Hause? Ich glaube, ich bin so in dem Raum war ich noch nicht. Ich glaube, ich bin so in dem Raum war ich noch nicht. Okay. Okay. Vereinen sie sich wieder mit ihrem Partner. Okay. Es ist nie zu spät. Es sei denn, der Partner ist leider verstorben. Und da ist eine Szene aus Scream. Ganz klar. Hier ist der Screamer. Hm. Da ist der Galgen. Was wollen wir mehr? Ein Scream. Ein Screaker. Ein Scream. Und. Okay. Okay. Wow. Knapp. Außer Reichweiter. Wow. 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 Wow.